ja und willkommen mein name ist an die rolle p und ich möchte euch zurück zu letzten der king dem arts 3 ich liebe es das zu sagen in der erste folge haben wir also jetzt in beiden folgen die ich auf einmal aufgenommen habe haben wir spiel gestartet wir haben die grundlagen ein bisschen gelernt und wir haben betreten also hercules welt und ja sagt es schon ja irgendwie außer rand und band am laufen und ja ich habe ja geguckt fertigkeiten hercules stimmt haben wir ja noch nicht gut teamarbeit beginne kämpfe mit einer mit einem team kommando okay das kostet 50 überheilung also ich tue mir jetzt nicht von allen hier die sachen angucken weil ich kenne die meisten sachen davon irgendwie kann er nicht ausgüsten weil nur 30 hat aber okay bockenwurf energieausbruch trotz kauf der team kommandos auslösen kannst okay also das scheint irgendwie zu geben so guck mal markt eben alles für den ganzen kosmos hier in seiner kontrolle bringen unter seiner kontrolle bräuch versprechen hier die ganze zeit das ist ja wohl und ja wir sind zufällig hier und wir werden natürlich aufhalten und konnte ich jetzt drauf bin oder will ich mir mal ich bin da nur drauf oh ja so sora is there a reason you guys are visiting i'm guessing it's not just for the cheese and olives oh yeah it sounds like somebody forgot i just took my time remembering hurt i came here so i could ask you something ask me yeah do you remember the last time we were together you were feeling down and out how would you get your strength back when you jumped in and saved meg huh that's tough all i know is that she was in trouble suddenly i wanted to save her with all my heart but it's not like i could tell you how oh man what's wrong all my strength is gone from me too that's why i need you because i was hoping you might have a solution or something i'm sorry so also nicht eher mit ruinen noch mal schöne stadt hier seid feuer wasser in der luft einrichtung geleid keils und viel bestätigt und bei luft grätsch auf wandern sollen zu retten kannst du besondere art der fortwegung aktivieren der freier fluss also wie ein dream dort ist dann super gleiter aus zu führen auf diese weise kannst du schnell oder der leute ich nehme mal das funktioniert genauso wie ein dinges also huja hier kann ich diesen riesen sprung machen okay sehr gut gemacht und hat den eingefroren kombo plus noch mehr kombo ich verstehe nicht wie dieser wasser zauber ja funktioniert da ich schießt auf schießt mal auf die gegner dachte ich umgebe mich irgendwie mit so ein schild oder so da was ich brenne helfe da gut gemacht habe es sehr gut mps für donald jetzt schon cool da haben wir einige andere fiege karte hat er hat ihn mal so von ja not with the heartless in walt we're just lucky our friend showed up was do you know sora donald diese einfache you need to stay some place safe Wir suchen die Stadt und werden sicher, dass alle die Feuer klarer sind. Sei vorsichtig, Wunderboy. Ich werde. Also, seid ihr in? Natürlich, seid ihr in. Wir sind Hörer. Dann schnapp ein Leger. Phil, du sollst mit Meg gehen. Du musst einen Keeper safe halten. Help! Ist jemand da? Ist jemand da? Ist jemand da? Oh nein! Es ist eine kleine Frau in der Feuer. Los geht's! Warte! Es ist zu schnell. Dann, was ist die andere Wahl? Hm. Oh. Das geht. Kannst du uns nicht einfach direkt werfen? Werfen wir jetzt wirklich eine riesige Statue auf das kleine Mädchen? Alter! Ich dachte, die war nur irgendwie weit entfernt. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Gut. Wir müssen nachschauen und sehen, ob jemand anderes braucht. Gute? Na? Na? Wenn es nicht so die Säure und die Königin? Uh. Huh? Maleficent! Pete! Ist du die Grund, die Heartless sind hier? Natürlich nicht! Sag mal Maleficent. Ich weiß nicht über seine Seite, aber Kid Keyblader hier sieht viel peinier als die letzte Mal gesehen haben wir ihn. Ich sage, dass wir ihn mitzunehmen, während wir noch nicht können. Keine Zeit mit einem kleinen Mädchen. Er ist nicht möglich. Wir haben eine große Herausforderung. Wir haben eine große Herausforderung. Hm? Oh! warum sind die land überhaupt zu uns gekommen wenn sie keine zeit wir haben schon zwei level erreicht also das ist eine große truhe karte wir wissen einwohner retten das ist eine actionfigur von herrkules online schnell weg wo mich jemand sieht karte soll sich mal wenn ich die karte irgendwie vergrößern ich das ding ist ja auch der automatisch doch da und er noch mehr feuer ich habe mich gleich am sprechpunkt hochgehalten merkt dann mache ich ja eigentlich ich will zu sein die kämpfe einspringen dass ich hier so ein mist baue wenn ich das feuer zurückwerfen ja du komm mal her wo bist du das feuer da das nervige nervigste von mir hilfe donald heilig und ich bedroht ja was mache ich neustart neustart ne okay auf jeden fall keine vergesst mich hoch zu 1 und so gegenein aber auch ganz schön viel aus ich glaube der schwierigkeit kommt schon näher am kritischen modus näher ran da kommt war für die aushalten ich kann mich einfach auf eine person ja vielleicht eine gute idee kann ich passen habe ich ja schon dass ich will der kampf war den dritten da schon drauf gehe zwar aber was soll es so fp heißen übrigens die dinger jetzt nicht ap merke ich gerade und da kann schon einen möglichen zauber macht nur am lp gestiegen dreck ich habe ein wasser zauber also liebe folgte ideen die man für während eines abenteueres rufen so was man manchmal zu einem thema auf mein grüß team kommande über den kommandomenü erscheinen sie drücke drei kommendes auslösen eigentlich zum forsten der umgebung andere wir haben für den gegnern großen schaden zu ich finde immer noch meine idee wasser zauber einzusetzen um die plant zu löschen ja irgendwie klüge aber okay das einfach durch lass einfach durch die flammen brennen das ist auch mit idee ich gern war so darüber ja 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 ich muss natürlich alles machen wenn sich von selber nicht da wenn ich mir nur ein neues musik sehr leise kann aber auch nicht ändern so auf fertigkeiten lassen wir gucken wir haben ein paar neue sachen schauen wir zum beispiel kann man bloß möchte ich jetzt nicht unbedingt ich werde ich kann aufgestopft werden um den effekt zu steigern mps du kannst mal schauen wir ja oder auch nicht weil du keine dinge hat er kann alle zauber ja schon gott verdammt wird ich wollte eigentlich nur mal gucken aber anscheinend kann man nicht so erkunden wir dann hat einfach durchgehen ich werde trio also und die trio kommandos mehr oder weniger zurückgebracht so gott ich dauert auf ein sie wird schon hier oben bin so gott da gibt es was hey wir müssen du bonk ja fp heißt nicht ja jetzt nicht ap wie heißt das sind schon noch hey wer wird von dem da werden auch da hochgehen können du hast mal meine ganzen mpf aber dann war ich sowieso keine als hauern also was hat noch mehr war sehr gut gegen die wand geklatscht tschuldigung ja bin ich kurz aufgestoßen da ist der drohe bete ich habe euch gerettet dank mir brauchen wir brauchen wir auch eine statue und so kann ich im ego modus gehen ego perspektive das ist cool da müssen wir wieder hier wieder holen nicht so einfach darüber reden so wie ich muss halt gucken ob dann auch irgendwann ist aber die ganzen sachen kaputt zum mann wo es sich gar nicht aber wir kriegen auch materiale und also was also warum nicht schildgürtel der habs gegeben hat gesehen was ist meine abwehr vorher neuen ok natürlich kriege ich das ich muss am leben bleiben und gibt game over habt ihr nicht gesehen was gerade passiert ist so hier müsste man eigentlich so rüber laufen können ja der den gesehen und da war sogar richtig weil das war optional nehme ich mal nein weise und da los lebt ihr noch schon ganz schön bedrohlich am beginn also ich hätte dich so viel bomber sehr gut salari wat zitrone und wer sagt denn da bei porschen ein poschen heider nero wofür ist es eine koch zutat aber ich weiß ja habe ich auch ein trailer gesehen ok ich weiß ich weiß von der kammer ja ich weiß so ein paar sachen von trailern natürlich aber weiß natürlich nicht den kontext von allem also steinfels ok ich kann sagt vom boden auf sammeln ich will es schon jetzt größer jünger als jeder andere welt glaube ich in kingdom marz sehr geil wir sind herkules nur besser ich will put these hot heads out was sagt ich will diese viecher hier die machen mache mich platt verbraucht aber jeden einzelnen jahr vorknüpfen jetzt allgemein schon sehr viel mehr gegner auf einmal was muss das doch wieder lp gestiegen was der donut kann schon alle zauber war noch ein eimer oder könnte schwierigkeiten stecken machen wir hat ich bin nicht schwach ich schwöre ja das werde ich schon genug zerstörungen dieser stadt ne war einfach so mit seinen schlüsseln schweren haut irgendwie wertvolle architektur und so um die jahrzehnte überlebt haben magischer regen magischer ring fp donald braucht magie und auch ein paar fp glaube ich wegen magie erst und so oder mp hast da braucht sich sachen anziehen ich brauche sachen anziehen ich bin noch am anfang jetzt spät und alles geht kaputt also irgendwie sehr krasser anfang hallo da müssen wir darüber rennen aber gott dagegen die käme ich bestimmt nicht hier oben ich bin noch mal schön mit mir kommt da komme ich eben zurück das ist eine coole steuerung ganz mitten im lauf hier umdrehen und die richtung wechseln also richtig gut gemacht ich meine sie zeit begrenzten kommandos kam auch ihren links freunden prolog spiel ja werfe es lebt 0.2 wenn ich bin ich irre aber ich glaube ich tue die parts noch nicht in schneiden ich glaube ich tue doch so weil sie nicht halbwegs längere parts machen weil klinge marz dauert schon an sich lange da kann man ruhig war ein paar längere parts machen ich habe ich von der dänen wir noch so 40 minuten also ich glaube ich reichen maximal fp gestiegen und noch kommt los ich baue nicht ich war nie ein fan von luft kombos also ich meine allgemeinen kombos komboplus meine ich sowie bomber ich kann immer angriff blocken er ist ein geil hilfe donald löscht mich mit deinem hat war das großkopf ich will die ganze zeit so bing 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 es gibt mir viele actionfigur satt der geil okay kalbfleisch sellerie zitrone der mann ist schon wichtig gleicher als einsammeln hat sie irgendwie richtig ausgehen aber da wohl das feuer keine ahnung wie die ganze karte sehen würde das wäre ein bisschen frechner naja jetzt sagt es okay das heißt hier sind wir richtig und sind aber leute zum wetten merkt dann und vielleicht schreibt die passt doch vielleicht durch ja zwei parts pro tag noch mal schauen naja wofür tonne anrufen vielen dank dass ihr mich gerettet haben meter noch weiter ein speicherpunkt kommen würde wäre sehr gut warum ist hier so ein kreis auf der karte kanal man kann aber hoch anscheinend hey naja dann wieder dadurch kann ja nur gut gehen was mickey maus zeichnen was da ich glaube da konnte man irgendwie dadurch wie wird gruppe schild größer und da bin ich mir nur ein sei ja sagt auch seit als er kunden melken jetzt sachen zum pflücken schwarzer trüffel schwarzer aal so war noch mal so macht ihr beiden hin also mehr zurück ich habe riesigen spaß mit dem spiel bisher zweite format behalte dann habe ich gespoilert ernte davon kostet jetzt mal ein zutat extra ich muss mir sag mal alle durchlesen fleißig aber jetzt nicht das wäre so eine staatung kaputt hauen aua geht du weißt was alles klar tut die beider wunsch sehr gut ich habe gesehen zum startrücken wir die kaputt hauen ich will noch mehr architektur ruinieren ist das falsch ich will mich doch weg man ich will mich doch weg man passen mehr hart wir uns genau wir müssen es gut wir müssen die genau hoch magie wenn du gegner mit magie schaden zu fügt 40 nach und nach ein leiste über den kommandomenü für sich ein situations mal für dieselbe auf höheren stufe verfügbar ist diese nennt sich hoch magie okay aber die musik kenne ich wieder mit ihren schützen schwert schaden zu fix 40 über die commande eine leistung es scheint ein formen die jungs da war aber vorher nicht so ein abschluss angriff ist ähnlich so wie mit den stilen aus wirft weiß lieb oder da kenne ich sogar zwei im ding es war fast die blutung 2 was war das zweite form ich habe ich habe mir noch zwei minuten sind zu brauchen aber okay dankeschön heute vorhanden war kannst du sagen ich war ja mich erwischt er hat gesagt nachdem einer von dem ich getroffen hat wissen wir ja auf den armen nehmen jetzt schallschock aber da ist allerdings ich hab drei geduld weit immer drei ich war ja stirb stirb einer ritter was war da muss ich noch weiter drauf und dann kriegst halt schon da kommt dann auch da muss ich überleben wird ich muss sie erledigen bevor ja was schief geht ja den angriff ursprünglich von cloud bekommen haben mache ich brennen hilfe bei mich doch mal okay gut ok jetzt können sie sich verwegen ist klar ich bin mir sicher jetzt geht's gut halb gott das beste kater die erste person die wir von der organisation sehen das ist der oh but i did though no good will ever come from putting other people first i was able to save meg's life because i was ready to risk my own because you've got friends in high places you mean tricks like that don't fly for your average joe what do you know you weren't even there if you were you'd admire herx courage i don't admire one guy leaping into danger if it means someone else might have to jump in to save him you're all just lining up to lose out dooming others to take the fall with you oh and you can spare me the usual party line yes hearts are powerful when they're connected but if you put too much of that power in one place some of those hearts might end up breaking still so that doesn't mean you should change except the power you're given find the hearts joined yours why would i ever take advice from you as if you don't have any choice but to follow this sweet little trail of bread crumbs and at the end you'll finally realize what destiny has in store for you in fact your award might be right around the corner you're so close oh you reason to mr kaka from kingdom arts whose hearts sora don't let him bother you he's just trying to get under your skin because he thinks he can but we'll prove him wrong we'll show him that our sacrifices haven't been for nothing you're right you're right besides we're already proof enough we're a team when we're well together we can do anything yeah ich bin gerade einmal verreckt ich möchte es noch einmal sagen und ich bleibe bei meiner theorie das sick war irgendwie der ultimative bösewicht ist der ist die rechte hand von seo nord er war von anfang an er war die erste person der mit diesem plan eingeweiht worden ist also ich weiß dass der irgendwie eine größere bedeutung hat da ich hätte gerne einen speicher punkt weil ich den part beenden möchte wo bin ich hier eigentlich ja herrkos ist in unserem team von mir kam ich ne er hat von mir kam ich glaube ich ja 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 da ist der truhe wo bin ich aber kaputt erländen station manchmal sich so ein kampf wie grüne kreis wie ein grüner geist mein gegner herum erscheint ein auf dieser weise markierten gegner erfolgt anzugreifen ist wiederum eine hat aktionskommando erscheinen durch gedreht und was kann man auszulösen hi das musik er rennt einfach durch ja ich glaube die platz werden doch so um die 40 minuten immer lang ich wollte die erste halbe stunde also kann ich ja den ersten party in eine stunde hier hat ein schiff ich kann diese sachen einfach okay ich habe keine arbeit ich mache ich kann nicht steuern also und dann habe ich da noch nicht gescheckt wenn ich ehrlich bin warum kann ich irgendwie so einen piraten schiff rufen wenn ich so einen kleinen mini typ wie angreifer steht ihr ja noch nicht gesehen was feuer macht also teurer helden werfen wenn mich auf den typen er trifft mich auch noch mal ich gerade wie meine teammitglieder auch schaden machen ganz neu das war cool mehr oder weniger erster boss erledigt nice job wonder boy we check the whole area it looks like everyone's that's great we did what we could you heroes have been busy little b hat für irgendwie gar keine keine sätze zum sprechen ja bisher noch nichts gesagt den schnappen war uns ich werde gerade die welt ist ganz schön lang wert jetzt kriegen nochmal zwei dann hätten wir die welt schon abgeschlossen ich habe einen speicherpunkt gerade gesehen also schon mal perfekt sowieso fast tot also wäre vielleicht besser das mal hier gucken auto final ist automatisch das kommande final aus bindung zeit lässt seine situations kann man uns im kampf abgelaufen ist ja das wäre glaube ich nicht schlecht feuer bewusst glücksbrust hatte ich gerne braucht wieder so viel wenn du immer noch ich war ja ich glaube natürlich lieber so früh wie möglich ich dann noch machen wir noch nicht so diesen einen ausrutscher ging es uns ja eigentlich noch gut ja so stimme zu ob der gehört florie ist das licht abgibt ok hat sie aber auch in ordnung gehen wo jetzt nicht denken würde es dazu eingehen kannst finde ich gut ich habe meine frage wenn wir diese welt abgeschlossen haben und ihr wieder frieden einkehrt manchmal annehme wird passieren aber in der welt brennt dann ja immer noch alles weil das wäre ein bisschen komisch möglich auch ich hätte bestimmt ein paar sachen wir herstellen können spielen damit sie erreicht damit sie also ich kann herstellen ja schon sagen habe ich die alleine schon freigeschaltet also da will ich noch so ein ding fertigkeits ringen gibt angriffskraft hoch ne gerne ein von und schildgüttel habe ich schon hat preispost karte aus dem ob wir sie in den briefkasten in twilight town auch twilight da kommen wir irgendwann in nämlich an angst kraft und ap fb muss ich mich noch lange gewöhnen gut dann was das für diese folge war ja natürlich wieder viel zu lang aber ich nehme an so lange werden die parts halten gut ich bleibe ich alles fürs schauen wird hinter dass ein abo oder ein kommentar sehr nett von euch und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder dankeschön und tschüss